Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Obwohl die Präventivmedizin grosse Fortschritte gemacht hat, leiden auch heute noch viele Leute an Karies. Die Ursache von Karies ist bakterielle Zahnbelage oder Plagg. Plagg bildet sich immer wieder neu, wenn sich Zucker und Speisreste zu Säuren umwandeln und so den Zahnschmelz angreifen und zerstören. Profitiert von grossen Aufklärungskampagnen und Prophylaxentätigkeiten in Kindergärten und Schulen, haben vor allem jüngere Leute. Durch bessere Zahnhygiene, bewusste Ernährung und durch die Verwendung von fluoridehaltigen Zahnpastern haben sie heute rund 50% weniger Karies als noch vor 20-30 Jahren. Viel Beitrag zum Erfolg im Bekämpfen der Karies haben die modernen Fluor-Zahnpastern, alle noch von der ATL-Mex, die sie jetzt bei GOB zum Aktionspreis bekommen. Frage an Ihr Gewissen Sicher, denn Ihre Zähne verdienen nur das Beste. Die rote L-Mex mit Amin-Florid hat ihre Wirkung in vielen Tests bewiesen. L-Mex Es gibt nichts Besseres für Ihre Zähne. Ein anderes Problem nimmt aber immer mehr zu. Mit zunehmendem Alter, so ab 40, bildet sich das Zahnfleisch zurück. Die Ursachen dafür sind verschieden. Falsche Ernährung, eine nicht optimale Zahnpflege oder auch ganz einfach Veranlagung. Wenn sich aber das Zahnfleisch zurückbildet, kommt es zu freiliegenden oder sogar empfindlichen Zahnhälse. Diese müssen besonders schonend geputzt und auch gegen Karies geschützt werden. Auch dazu gibt es heute die richtige Zahnpasta, die grüne L-Mex. Dank dem hochwirksamen Amin-Florid und der sanften Reinigungskraft ist sie speziell für dieses Problem entwickelt worden. Frage an Ihr Gewissen Sehr gut. Mit der grünen L-Mex mit Amin-Florid. Für freiliegende Zahnhälse und zur Vorbeugung gegen empfindliche Zähne. L-Mex Es gibt nichts Besseres für Ihre Zähne. Auch die grüne L-Mex zum Schutz vor Zahnhaltskaries und empfindlichen Zähne kommen sie bei GOP zum Aktionspreis über. Wirksame Zahnpflege ist diese Woche also gerade auch noch besonders günstig. Neben der guten Zahnbürste und der bewährten Zahnpasta gehört natürlich auch eine vernünftige Ernährung zum Vorbeugung gegen Zahnschäden. Trotzdem muss man auf etwas ganz Spezielles ab und zu, wie zum Beispiel auf Vieneta von Lusso Eldorado, nicht verzichten. Vieneta Feinste Glasse mit luftig Leuchten, Knusper-Schokolade, unwiderstehlich. Ein Stück ist meistens noch nicht genug. Vieneta Vanille, Cappuccino und Kokosnuss von Lusso Eldorado Vieneta, köstlich und einmalig. Warum eigentlich nicht gerade als Höhepunkt vom Festessen am kommenden Ostersonntag? Dazu schlage ich Ihnen einen Kaffee vor, der ebenfalls keinen Wunsch mehr offen lässt. Karte Noire Der Kaffee Karte Noire Der Kaffee mit dem unwiderstehlichen Bouquet, das die Sinne betört Karte Noire Das unwiderstehliche Bouquet Karte Noire Produkte für höchste Ansprüche, die das Haushaltsbudget entlastet und einem die Freude am Posten nicht ganz verderbt, das kann man immer brauchen. Was Sie ab morgen in unseren Läden zum Aktionspreis überkommen, das zeigen wir Ihnen jetzt in einer kleinen Übersicht. Zwei Kilo Sanguinelli Orangen im Netz kostet bei Coop nur 2,10. Ab drei grossen Tauben Tomi Mayonnaise gibt es jede Taube 70 Kappen günstiger. Und das Kalbfleisch ist 20% günstiger, und zwar jedes Stück von Ihrer Wahl. Ausserdem offerieren wir Ihnen die Tech-Start Jeans für Kleinkind für nur 15 Franken. Dazu passend gibt es auch noch gerade ein Sweatshirt für nur 12 Franken. Und geschnetzeltes Kalbfleisch Zürcher Art mit Rösti und Salat kommen Sie in jedem Coop-Restaurant in der Selbstbedienung für nur 9 Franken 80 über. Sie sehen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Posten bei Coop lohnt sich auf jeden Fall und bietet immer wieder etwas Neues. Ich bin für heute am Schluss. Viel Spass beim Einkaufen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.